Musik Herzlich Willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 18. März und bei mir ist Klaus-Dieter Gröler, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Berlin. Herzlich Willkommen und das Wochenende ist vorbei. Es rumort immer noch im Bundestag. Will die SPD aussteigen, ist die große Frage, die wir seit zwei Wochen diskutieren. Wer wird Kanzlerkandidatin der CDU? Wird auch seit zwei Wochen permanent diskutiert, nimmt kein Ende. Streicht Frau Merkel vorher aus. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr erzählen. Ich weiß gar nicht, wo Sie dieses Rumoren und diese Diskussion hören, auch wenn heute der 18. März ist. Ja, das muss ja nicht immer stimmen. Auch wenn heute der 18. März ist ja ein revolutionäres Datum. Aber ich finde, man kann es an der Stelle auch mal wieder ein ganz klein wenig auf die Fakten zurückführen. Diese Diskussion, die da vom Zaun gebrochen wurde, übrigens ja nicht von meiner Partei, sondern vom kleineren Koalitionspartner, war völlig überflüssig und ist in den Zeitungen dann aufgebauscht worden. Die Frage stellt sich doch überhaupt nicht. Wir haben einen Koalitionsvertrag. Wir haben einen Auftrag von den Wählerinnen und Wählern, bis 2021 für Deutschland vernünftige Politik zu machen. Und das sollten wir jetzt mal machen und sollten uns nicht ständig mit uns selbst beschäftigen. Also insofern Ärmel hochkrempeln und die Probleme lösen. Und dann ist gut und es gibt genug Probleme in der Welt und in Europa. Insofern müssen wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Schluss vorbei. Mal sehen, ob sich alle daran halten. Ich hoffe es. Was war denn letzte Woche im Bundestag? Da hatten wir Sitzungswoche. Ja, in der Tat. Es gab ja durchaus einige Abstimmungen. Das war jetzt aber keine so spektakuläre Woche vielleicht bis auf die Frage, wie geht man mit Dieselfahrverboten um. Wir hatten uns ja dafür entschieden, dass wir versuchen wollen, Dieselfahrverbote möglichst zu vermeiden im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, es gibt ja immer noch die Diskussion, dass in zahlreichen deutschen Städten sie drohen. Und wir setzen uns ja dafür ein, dass sie möglichst minimal ausfallen oder sogar verhindert werden. Weil mal ganz ehrlich, wenn Sie sich vor drei Jahren Dieselfahrzeug gekauft haben und jeden Morgen in die Stadt reinpendeln müssen und jetzt heißt das plötzlich, Sie dürfen da nicht mehr hin und Sie dürfen die Straße nicht mehr befahren. Also wir haben ja in Berlin das Problem, dass das Gericht gesagt hat, einige wenige Straßen in Berlin, zum Beispiel der Kapweg in Reinickendorf, dürfen nicht mehr befahren werden. Auf einer Strecke von, ich glaube, 200 Metern oder so. Dann fasst man sich manchmal schon an den Kopf, wenn man denn weiß, dass man einen Umweg fährt, der insgesamt 1,5 Kilometer ist. Also für die Umwelt, naja, ich will das gar nicht, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich habe mir in der Tat einen Diesel gekauft, vor etwas mehr als drei Jahren. Dann sind Sie ja einer der Betroffenen. Insofern weiß ich genau, wovon Sie reden. Ja, für Sie machen wir gerade Politik, um sowas zu vermeiden. Ja, gut so. Und für Sie zu Hause auch, diese Diesel haben mit der 4 davor. Ja, so einen habe ich nämlich noch und da ist es ganz gefährlich. Also ich habe nur gelesen, ich glaube Mittwoch, Donnerstag letzte Woche, München-Fahrverbot gibt es nicht. Haben Sie abgebogen, Sie wollen da irgendwas anderes machen, sind Sie alles auf einem guten Weg. Frau Merkel fing ja damit an und sagt, wir können doch die Grenzwerte ein bisschen nach oben setzen. Es geht nicht darum, die Grenzwerte einfach extrem nach oben zu setzen, sondern Sie haben ja häufig wirklich die Situation, die Grenzwerte werden ganz minimal überschritten und es kommt dann zum Fahrverbot. Und da sagen wir, ist denn das, aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, muss man ja auch mal überlegen, ist denn das die richtige Reaktion, wie ich ja eben beschrieben habe, mit der Konsequenz, dass sie möglicherweise mehr Streckenkilometer und insgesamt mehr Emissionen machen als vorher. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Fahr den Umweg, schluck mehr Feinstaub. Da gehen einige Diskussionen manchmal deutlich übers Ziel hinaus. Also da sind wir noch dran, sind Sie dran und da setzen wir mal auf die Politik. Was mich sehr interessiert hat, ist die Berichterstattung über das Mietdeckelungsverfahren oder Gesetz, das der Berliner Senat anstrebt. Ihr Wahlkreis ist ja mitten in der Stadt. Das heißt, ich nehme mal an, 90 Prozent Ihrer Wählerinnen und Wähler in Ihrem Wahlkreis sind von steigenden Mieten betroffen. Zumindest ist ja Berlin eine Mieterstadt, wie wir immer sagen. In Berlin ist die Eigentumsquote leider furchtbar gering. In Deutschland ist sie furchtbar gering gegenüber unseren europäischen Nachbarn. Das sind übrigens Dinge, an denen wir arbeiten müssen, weil ich immer sage, wenn jemand selbst Eigentum seiner vier Wände hat, dann ist das der beste Schutz für ihn vor steigenden Mieten und vor bösen Vermietern. Ja, da müssen wir erstmal die Kosten pro Quadratmeter ein bisschen nach unten bringen. Ja, oder wir müssen, wie wir das mit dem Baukindergeld gemacht haben, Förderinstrumentarien schaffen, damit Familien die Möglichkeit haben, tatsächlich die eigenen vier Wände zu schaffen. Aber davon mal abgesehen, Berlin versucht ja tatsächlich so ein Landesmietendecklungsgesetz auf den Weg zu bringen, wo zum Beispiel der Deutsche Bundestag die Verwaltung in einem Rechtsgutachten gesagt hat, das geht wohl juristisch so nicht. Die Sache ist ja auch hoch umstritten. Aber die Berliner Juristen sind zu einem anderen Urteil gekommen. Ja, Sie wissen ja, also ich sage das jetzt mal auf den eigenen Berufsstand gesehen, zwei Juristen, zwei Meinungen. Aber ich halte die ganze Vorgehensweise des Senats an der Stelle für falsch, weil er wirft auch dort schon wieder Nebelkerzen. Er verfehlt völlig die Ziele beim Wohnungsbau. Er kauft mit teuer Geld bestehende Wohnungen, die er vorher verkauft hat, wieder zurück. Dadurch entsteht nicht ein Quadratmeter mehr Wohnraum. Er redet darüber, dass er Wohnungsbaugesellschaften enteignen will. Übrigens, enteignen heißt er an der Stelle immer gegen Zahlung des Marktwertes. Anteckel 14, Grundgesetz, Absatz 3, Satz 3. Genau. Und das wird ausgerechnet haben schon einige 36 Milliarden Euro würde es kosten. Ja, aus... Haben wir ja locker. Ganz locker, aus heutigem Marktwert heraus. Wer weiß, wie es denn ist, wenn tatsächlich die Maßnahme stattfinden sollte. So, der Senat tut also alles, aber er baut keine Wohnung. Er schafft keine neuen Flächen. So, und das, glaube ich, wird der Stadt zum Verhängnis werden. Weil wenn die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner steigt, dann hilft ihnen nicht, dass es einen Mietendeckel gibt, sondern dann hilft ihnen die Frage, finde ich denn überhaupt eine Wohnung? Ja, nun bin ich auf Ihrer Versammlung in Ihrem Wahlkreis und da stelle ich natürlich jetzt ganz logisch die ganz naive Frage, ja, warum bauen Sie denn nicht? Gibt es keine Flächen oder warum wird er nicht gebaut? Weil ich manchmal fast den Eindruck habe, dieser Senat hat am Bauen gar kein Interesse. Sie könnten anfangen, ein Dachgeschossausbauprogramm auf die Beine zu bringen. Sie könnten schauen, ob Sie nicht aufstocken bei Gebäuden aus den 15er Jahren, aus den 16er Jahren, die ja meistens fünf Geschosse, Flachdach und so weiter. Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, ohne jetzt überhaupt eine zusätzliche Fläche zu versiegeln. Dann gäbe es die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle eben auch noch in der Innenstadt zu verdichten. Wir haben ja die Diskussion in Charlottenburg, eine Bahnbrache im Bereich Westkreuz, also in, ich sage jetzt mal, für die, die da sich nicht so auskennen, zwischen Kurfürstendamm und Lietzensee, um es ganz großzügig. Ist das Ihr Wahlkreis? Das ist mein Wahlkreis, ja. Eben, deswegen wissen Sie ganz genau Bescheid. Genau, und da gibt es eine heftige Diskussion. Die rot-rot-grüne Mehrheit im Bezirk und auf Land will dort einen zusätzlichen Park schaffen. Der Lietzensee-Park ist fußläufig wenige Meter weg und nach ein paar Kilometern komme ich in den Grunewald. So, und trotzdem soll da ein zusätzlicher Park entstehen, obwohl wir heute schon nicht genug Geld haben, die Parkanlagen Berlins vernünftig zu pflegen. Schauen Sie sich mal an, wie viele inzwischen dort verwahrlost sind. So, und statt dort mal zu überlegen, ob man dort nicht Wohnungen bauen kann, und es gibt mehrere, die interessante Angebote gemacht haben, wie man dort einige hundert Wohneinheiten schaffen könnte, wird rigoros vom Senat und vom Bezirksamt vermieden. Und das halte ich für völlig falsch. Nun lese ich aber auch ständig, und das tun Ihre Wählerinnen und Wähler auch, und sagen, Neubau kostet Quadratmeter sechs Euro, sieben Euro. Er soll aber nicht mehr kosten als fünf Euro fünfzig, damit sich das der Normalbürger leisten kann. Wenn aber die Baukosten schon höher sind als die Sollmarke für bestimmte Menschen, dann weiß ich nicht, wie man aus dieser Klemme rauskommt. Wie soll denn das gehen? Aus dieser Klemme können Sie rauskommen, aber ich muss erst mal ein klein wenig korrigierend eingreifen. Zeigen Sie mir mal bitte den Neubau, den Sie für sieben Euro noch erstellt bekommen. Sie wollen sagen, der kostet noch viel mehr. Ja, da wollte ich Sie ja gerade hinbringen. Der kostet mehr, weil Sie natürlich heute aus den ganzen Vorschriften, von denen ich auch gar nicht abgehen will, behindertengerechtes Bauen, energetisch gedämmtes Bauen und so weiter, das führt natürlich zu Baukosten, dass Sie eben nicht mehr den Quadratmeter für fünf oder sechs Euro erstellen können. So, und wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Dass wir ganz konsequent, und da gibt es auch entsprechende Vorschläge meiner Partei, da hat sich einer an das Parteitag im letzten Herbst intensiv mit beschäftigt, dass wir denjenigen, die sich diese Mietkosten nicht leisten können, dass es für die einen entsprechenden Zuschuss gibt. Aber wir brauchen überhaupt erst mal diesen Wohnungsbau, weil wenn die Nachfrage immer weiter steigt und das Angebot sich nicht erhöht, dann rennen Ihnen die Kosten doch automatisch weg. Das ist doch bei anderen Dingen ganz genauso. Wenn 5000 Leute ein neues Auto haben wollen, aber ein bestimmtes Modell nur... Es gibt nur 500 davon. Genau, na dann ist doch klar, was die Leute... Das kennen wir, aber ich habe so ein bisschen Hemmungen, Ihnen zu folgen, zu sagen, gut, dann muss der Staat diese Differenz ausgleichen, dann muss der Staat das wieder machen. Dann kann ich ja gleich so sagen, wo es kommen wird. Welche andere Lösung hätten Sie? Ja, ich bin ja nicht Politiker. Ich sitze ja hier, um das von Ihnen zu erfahren. Die andere Lösung könnte doch nur sein, dass wir sagen, der Staat baut selbst. Da habe ich immer so meine Zweifel und wir merken ja, die Wohnungsbaugesellschaften schaffen das nicht. Und die Erfahrungen in den letzten 30, 40 Jahren mit staatlichen Wohnungsbaugesellschaften waren auch immer nicht die besten. Da bin ich ein viel größerer Freund von Baugenossenschaften. Aber die andere Variante wäre doch, wir sagen, du Privater musst bauen, aber wir verpflichten dich, nimm nicht mehr als 5,50 Euro Miete. Ja, aber ich tage alle 8 Euro und dann sage ich, bist du verrückt? Da sagt er, das deckt doch nicht meine Kosten. Ich bin doch kein Wohlfahrtsunternehmen und damit ist er weg. So, Sie haben doch nur die Möglichkeit, dass der, der sich die Miete nicht leisten kann, dass Sie dem einen entsprechenden staatlichen Zuschuss geben. Alles andere wird doch nicht funktionieren. Und wie soll jetzt dieses Mietdecklungsgesetz des Berliner Senats, das ja als Vorlage nur existiert bisher, wie soll denn das funktionieren? Oh, da fragen Sie doch bitte nicht mich. Ich bin ja nun erstens nicht Mitglied des Senats und schon gar kein Vertreter der rot-rot-grünen Senatsmehrheit. Da fragen Sie doch mal, Frau Lomscher, da bin ich auch gespannt. Fragen Sie sich doch mal erstens, warum Sie in Berlin das Bauen verhindert und zweitens, wie dieses Gesetz funktionieren soll. Das sind, glaube ich, zwei interessante Fragen. Das werden wir machen. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause und vielleicht rufe ich mal zwischendurch an, ob Frau Lomscher nächste Woche kommen kann, damit wir das mal aufgeklärt bekommen. Kurze Werbepause, dann sind wir wieder da in unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 18. März 2019. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.